Mit Radbox NRW kannst du für dein Fahrrad einfach und flexibel einen Stellplatz buchen. Bei uns steht dein Rad sicher und geschützt, egal ob in einer Einzelbox, einer Fahrradgarage oder im Fahrradparkhaus. Radbox NRW findest du zum Beispiel an immer mehr Bahnhöfen und Mobilstationen in Nordrhein-Westfalen. Aber was, wenn ein Pedelec zu schwer für die obere Parkebene ist? Keine Sorge, wenn du möchtest, kannst du während der Buchung ganz einfach einen ebenerdigen Stellplatz und je nach Standort zusätzliche Features wie einen Stromanschluss auswählen. So bekommt dein Rad den Platz, der am besten zu ihm passt. Aber was, wenn am Ende eines langen Tages mein Smartphone leer ist? Macht nichts. Wir haben zwar keine Powerbank im Programm, aber mit deinem TAN-Code oder deiner ÖPNV-Chipkarte kommst du auch ohne Smartphone an dein Rad. Aber was, wenn ich schon heute sicher gehen will, dass mir morgen niemand den letzten Stellplatz wegschnappt? Kein Problem. Buche deinen Stellplatz einfach bis zu vier Wochen im Voraus. Mit deinem Account kannst du je nach Standort auch ein Schließfach oder mehrere Stellplätze gleichzeitig buchen, wenn du mal nicht allein unterwegs bist. Aber was, wenn ich nicht jeden Morgen aufs Neue eine Box buchen möchte? Entspann dich. Mit Buchungszeiträumen von wenigen Stunden bis hin zu einem Jahr bieten wir für verschiedene Bedürfnisse flexible Optionen an. Das spart ihr Zeit am Morgen und sorgt für einen stressfreien Start in den Tag. Radparken, aber sicher. Radbox NRW.